Herzlich Willkommen bei FunSport.de. Mein Name ist Conny und heute reparieren wir ein Wakeboard. Es kommt leider vor, dass ihr beim Fahren eventuell gegen Obstiegeln knallt oder das Brett mal fallen lasst und eine leichte Beschädigung zuzieht. Hier in dem Fall ist der Belag so ein bisschen abgelöst. Sehr ärgerlich, aber kein Problem. Ihr müsst den Schaden auf jeden Fall schnellstmöglich reparieren, bevor die Feuchtigkeit euch den Kern kaputt macht. Vor dem Fixen auf jeden Fall das Brett erstmal durchtrocknen lassen, mindestens 24 Stunden. Ihr braucht Epoxidharzkleber, zwei Kronen hinten. Ihr braucht eine Schraubzwinge, ein Stück Holz und einen handelsüblichen Sticker, in dem Fall FunSport. Lose Teile entfernen, die lose Stelle ein bisschen aufspalten, damit das Kleber hinlaufen kann. Vorsichtig Kleber rein. Geil, es ist zu spät, der Kleber ist jetzt hammernd. Da kommt der Kleber. So. Sticker nehmen. Deiner Ecke. Harz ein bisschen weiter nach unten schieben, dass es unten durchläuft. Und damit das Holzstück nicht am Brett klebt oder an der Schraubzwinge, nehmt ihr den Sticker auseinander. Super. FunSport Sticker aufs Brett. Gewachste Seite auf die Stelle. Holzstück. Schraubzwinge. Jetzt nicht zu doll drücken, sondern nur so weit, bis der Spalt zu ist und stehen lassen. países sind jetzt auf die Schraubzeit亮ne. Hier gibt es vom Chaosen, am besten an demondersten Wchenstück! Wür creek Leer wie bei der Schraubzwingen. Da wissen Sie ja nicht gesch是什麼. Vielen Dank.